Schau, dann würde ich sagen, Wolfi, probieren wir das mal aus mit dem Auftanken. Also, ich würde sagen, ich hole die Starfarer und du holst irgendein anderes Schiff von mir aus. Muss ich eh dann erst leer machen, ein bisschen. Jaja, wir müssen irgendwo hinfliegen, damit überhaupt was zum Tanken da ist, ne? Ja. Da, da wollte ich, das wollte ich gerade hier sehen. Guck mal, die schicken, schönen Wolken von Hurston, von der Raumstation aus. Hast du die mal gesehen? Absolut genial. Ja, wunderschön. Schick, schick. Ist ziemlich realistisch irgendwo. Ja, ich weiß nicht, ob es realistisch ist, aber es sieht auf jeden Fall wesentlich um Klassen besser aus als vorher. Ja, also irgendwie so regional, als wäre es nicht da irgendwie so. Äh, Starfarer ist da. So, ich hole mal die Starfarer. Hoffentlich klappt es diesmal mit dem Spawn. Gib mir die Starfarer. Hangar 6, angeblich hat es geklappt. Nicht die Saber oder was? Dann fliegen wir einfach ein Stück, äh, in der Gegend rum. Also von A nach B und dann tanke ich dich mal auf. Beziehungsweise, ich glaube, ich muss die Starfarer erstmal auftanken, ne? Glaub ich. Also hier. Ah, da. Ja. Bestimmt. Dann gleich mal ausprobieren. Sag mal, weißt du da was genau? Die wollen doch immer noch das so machen, dass die Starfarer selber Treibstoff, also zumindest Wasserstoff-Treibstoff sammeln kann, oder? Ja, das wird es wohl sein. Quantenium nicht mehr, aber Wasserstoff-Treibstoff. So, also. Das würde ja auch ziemlich notwendig werden. Ich weiß ja nicht, ob es notwendig wird. Also im Moment, in Standen brauchst du es ja eigentlich nicht, ne? Ja, also wenn ich so rumfliege, also mit der Mole, die verbraucht ziemlich viel so, einfach nur. Ganz so saust. Ja, ist ja so laut hier. Ich muss gleich mal gucken, ob ich das mal leiser machen muss. So, ich bin an Bord der Starfarer. Jetzt gehe ich mal oben ins Cockpit und dann tanke ich die erstmal auf. Also im Moment ist es so geregelt, dass man die an Stationen auftanken muss. Also man kann ja noch keinen Wasserstoff sammeln. Und Quantenium kann man sowieso nicht sammeln mit der Starfarer. Und insofern kann man die nur an Stationen auftanken. Das kostet natürlich Geld. Das heißt, beim Verkaufen muss man dann zusehen, dass man natürlich das Zeug teurer verkauft, als man es eingekauft hat. Irgendwie. Ja. Schau, jetzt geht's los. Ich fang erstmal an mit Tanken. Wie ging Tanken jetzt? Warte mal. So. Mein Schiff springt ein bisschen, das freut sich schon. Repair, Restock, Refuel, Quantum. No Service Required. Manual. Wo tanke ich? Warte mal, irgendwo musste ich doch... Ah, ja, okay. Also das ist mein interner Tank. Quantum Fuel. Und hier habe ich dann externe Tanks. Da habe ich ein C16. Genau, Fuelport 1, Fuelport 2, Fuelport 3. Und dann habe ich noch Fuelport S. Wofür steht ein P und S? Portside? Nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall sechs Tanks haben wir drin. Die heißen CR60. Und ich mache mal jetzt einen mit Quantum Fuel voll und gucke mal, was das kostet. Boah, ein Pott von den sechs mit Quantum Fuel voll. Hauende kostet mich 73.000. Boah. Ja, das ist angenehm. So. Und jetzt machen wir noch einen mit Hydrogen Fuel voll. Genau, das ist jetzt Pott P2, weil P1 ist ja schon voll. Dann hätte ich mal jetzt noch P2 voll. Quantum Fuel kostet... Äh, Quatsch. Hydrogen Fuel kostet nur knapp 5.000. So. Jetzt ist die Frage, da steht Processing. Wann ist denn der voll, Wolfi? Ähm. Weißt du auch nicht, wa? Nehmen wir mal Engine an. Aber da sehe ich natürlich auch nicht, wie voll die Tanks sind. Nö, das muss was anderes sein dann. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sehe, wie voll die sind. Also wo ich sehe, wie voll die sind. So, ich verbrauche gerade fleißig Hydrogen. Das ist gut. Du verbrauchst Hydrogen. Wo sehe ich, wie voll meine Tanks sind? Das fehlt noch. Eine Tankanzeige. Also. Nicht für die, nicht für, für die Anzeige hier, sondern für. Für die Gesamtanzeige. Die Coin? Ne. Wir haben keine, wir haben keine Anzeige für die Tanks. Soll ich jetzt mal davon ausgehen, dass die voll sind? Warte mal, ich gucke mal. Ich weiß ja, wo wir zumindest mal nachgucken können. Warte mal. Ich glaube, hier können wir nachgucken. Refuel and refine. Genau, das ist jetzt die neue Tankanzeige. Refining, refueling. Sehen wir da, wie voll die sind. Kann man hier irgendwie näher rangehen? Ja. So, Quantum Fuel haben wir. Ah, okay. Jetzt sehe ich auch. Ne, ist doch. Hier sind 12% Quantum Fuel drin. Wahrscheinlich habe ich das abgebrochen. Man kann wahrscheinlich nur einen Tank gleichzeitig auftanken. Na, super. Also das wird, ja. Also den habe ich ja angefangen voll zu tanken. Und dann habe ich auf Hydrogen geklickt. Und jetzt tankt der auf. Man kann nur einen Tank gleichzeitig voll tanken. Das ist natürlich derbe. Und das dauert Ewigkeiten. Aber gut. Man kann die Tanks voll packen. Entweder mit Quantum Fuel oder mit Hydrogen Fuel. Man hat sechs Tanks zur Auswahl. Im Prinzip können wir jetzt schon mal starten, ja. So, Wolfi, ich starte mal. Und dann, äh, du verbraust. Was verbraust du? Oh Gott, was ist jetzt passiert? Hydro. Hilfe. Okay, ist alles wieder gut. Was sagt er? Refueling in process. Don't lift off. Witzbold. Dann sag mir doch mal, wann er voll ist. Jetzt tankt da wieder irgendwas. Oh, Mann. Da darfst du erstmal eine Stunde warten, bis dein Starfairer vollgetankt ist. Ich guck nochmal nach. Ja, das wird dann aber bei den Spielern auch lange dauern, wenn man die dann voll tanken will. Jetzt tankt er den, äh, den anderen Tank mit Quantum voll. Ich warte mal, dann habe ich zwei volle Tanks. Dann habe ich einen mit Hydrogen und einen mit Quantum Fuel. Okay. Mein Tank wird wahrscheinlich dann explodieren, wenn da vollgetankt wird. Naja, ich weiß ja nicht, das ist ja, steht da irgendwo in SCU, wie viel da reinpassen in so einen Tank? Ja. Ja gut, beim Betanken hätte ich es wahrscheinlich sehen können. Was hat er denn noch hier für Anzeigen? Das ist alles so klein hier. Was steht da? Achso, Enter Fuel Price. Hier kann man den Preis fürs Quantum Fuel setzen. Und hier kann man den Preis fürs Hydrogen Fuel setzen. Oder man setzt es auf Auto Price. Okay. Flow Rate ist, äh, die Flussrate. Pot Management, was ist das? Ach, guck mal. Zwei Link Tanks habe ich voll gemacht. Oder mache ich gerade voll. Und dann haben wir hier Nozzle Closed. Ah, das ist der Tank. Was haben wir da noch? Overview. Oh, bella. Deploy Boom. Ah, hier kann man den Arm ausfahren. Okay, das probieren wir gleich alles aus. Noch 15 Prozent, Wolfi. Dann ist die Kiste voll. Verbrauchst du da draußen fröhlich Wasserstoff, Treibstoff? Ja, ich könnte mal landen, probieren und sehen, was da jetzt passiert ist. Aber nicht auftanken. Nein, nein. Ich will nur reingucken, aber ich sehe da jetzt die Lande. Ah, doch, da. So, jetzt sind die Tanks voll. So, ähm, ich komme jetzt raus, Wolfi. Zwei Tanks habe ich voll. Äh, will da ran. Schau. Äh, geht nicht. Will da rein. Na, jetzt sind die Tanks. So, jetzt schnell starten, bevor die mich einlagern. Friends, Everest, Harbour, tschak. Also, der Goopy wird jetzt fluchen, weil ich habe jetzt zwei linke Tanks vollgepumpt. Die anderen sind leer. Ja, also, der ist jetzt total unausgeglichen verteilt hier. Nischt mit, äh, mit Massengleichgewicht und so. Ich bin jetzt sehr linkslastig. Also, 0,7 kann ich ein paar tanken. SCU. Jetzt momentan. 0,7? Okay. Ja. Ich komme, Wolfi. Gibt noch mehr. Komm raus da. Bist du da? Ich bin gerade um. Bist du das da vor mir? Ja, das bist du. Gib was, ich gib was. So, Wolfi, ich würde sagen, was hältst du davon, wenn wir einen Quantum-Sprung zu einem Lagrange-Punkt machen? Ja. So, das heißt, lass uns mal treffen bei, ähm, das ist nicht so weit weg. Lass uns mal treffen bei, äh, Hurston L1. Ah, ja. Ja? Hurston L1. Die schönen Wolken hier, die fast etwas übertrieben dick aussehen. Und da tanke ich dich mal auf. Mit Quantum-Fuel und mit Hydrogen. Ah, jetzt bist du schon gesprungen, okay. Mit was fliegst du? Mit der Sabre? Ja. Ich glaube, die hatten einen Stutzen, oder? Ich bin mir nicht sicher. Bin mir nicht sicher. Ich habe gehört, man kann diese Betankungsgeschichte auch von, ähm, von hinten machen. Also von, 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 von der, von der Aussichtsplattform. Das probiere ich mal aus. So. So. Hast du da angehalten? Bin gleich da. Achso, das dauert noch in einem kleinen Moment. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja, ich bin da. Ich theoretisch auch. So, ich halte mal an. So, ich müsste jetzt quasi mehr oder weniger... Du kannst... Du siehst ja, wo ich bin, ne? Ja. Ja. Ähm, eine sagt, bevor wir, bevor wir, bevor wir anfangen zu tanken, ähm, ich habe, glaube ich, auch irgendwie gesehen, warte mal, man kann, außer dass man tankt, kann man auch, wo ist das Pot-Management? Da. Kann man auch, glaube ich, das Zeug hin und her pumpen. Wenn ich zum Beispiel hier sage, ich möchte das gleichmäßig verteilen und sage, ich möchte das Hydrogen-Fuel hier haben, dann kann ich auch, erst mal gucken, also hier sagen wir mal rein und da raus, dann müsste er, ja, man kann das auch umpumpen in den verschiedenen Tanks, was auch ziemlich cool ist. Also ich pumpe das jetzt quasi beides in den hinteren Tank. Was man nur nicht machen kann, glaube ich, ist natürlich Quantum-Fuel und Hydrogen-Fuel mischen. Ich glaube, das geht nicht. Ja. So kann man quasi so ein bisschen den Treibstoff von dem einen in den anderen Tank pumpen. Im Moment ist das natürlich nur ein physisches Ding. Ich weiß nicht, ob das eine Auswirkung hat. Man kann ja im Moment keine Tanks zerstören oder so an dem Ding. Also man kann das ganze Schiff zerstören, aber... Ja. Also das Umpumpen klappt auch. Ich bin jetzt gleich verteilt. Gubi, ja, hier siehst du, ich habe jetzt hier... Ich pumpe jetzt hier quasi in den anderen. Wir gehen mal davon aus, dass Hydrogen-Fuel und Quantum-Fuel genau dasselbe kosten. So. Okay. Ich habe jetzt gleich umpumpen. Wolf, jetzt komme ich mal nach hinten. Bist du schon hinten? Ja, ich sehe dich schon. Ich weiß nicht, wie ich jetzt Landererlaubnis oder was man da machen muss. Äh... Ach so, ja. Ich glaube, du musst mich anwählen. Wo komme ich denn auf die hintere Plattform, Wolfi? Oder anfunken. Aber das wird es gleich nicht zählen. Ja, ich glaube genauso wie... Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Geh doch mal auf, du Tür. Super. Die Tür geht nicht auf. Geh auf, du Tür. Ah, warum machst du halt manuell auf? So. Und? Ging was, Wolfi? Äh, ich schaue da nur in die Anleitung. Dock with a refueling vehicle or supported bed or hanger. Ja. Aber wie das jetzt geht... Okay, warte mal. Äh... Empty. Detach. Fuelpot 3. Ich will den nicht detachen. Okay, hier kann ich die einzelnen Fuelpots an... Ah, hier kann ich auch manuell umpumpen. Ziel nehmen. Ah. Was, 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 was erzählst du? Nehm dich mal als Ziel. Mach mich mal als Ziel. Und dann, äh... Was ist das? Call Lift. Ne, das wollen wir nicht. So, du bist noch mit... Äh, kann sein, dass ich da auf dem Pilotensitz sitzen muss. Nicht. Probiere ich gleich mal aus. Also, ich sehe dich zumindest. Äh, ich fahre mal... Dann gehe ich mal wieder... Also, hier kann man... Ich dachte, man kann hier von hier aus auch die ganze Sache steuern. Geht aber nicht. Aber... Was ist denn die Tetsch? Ja, rein. Was ist denn der Gurt? Eine Meldung. Mich ausgewählt hast du, ne? Ja. Okay. Ich gehe mal... Warte mal, ich fahre erstmal den Baum... Also, den Boom aus. Ja, das ist falsch, ne? Geht gleich los, Wolfi. Gleich geht's los. Vielleicht macht's Boom. Juhu. Also, du kannst... Im Moment kannst du noch gar nicht andocken, weil ich habe ja den... Den... Den Andock... Den... Den Baum noch gar nicht ausgefahren. Mal, ob es irgendwo in die Optionen... Ja, da gab's ja auch irgendwas Neues, oder? Ja, aber du kannst ja noch gar nicht andocken, Wolfi. Allerdings. Wolfi, warte mal. Warte, 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 Warte. Ich fahre mal den Baum aus. Deploy Boom. Waiting for Boom Deployment. So, jetzt müsste der ausfahren. Dir direkt ins Gesicht. Rest Landing, äh... Warte mal, ich muss da auch erstmal sitzen für, glaube ich. So, also die gute Nachricht ist, Wolfi, der Baum ist ausgefahren. Müsstest du es eigentlich sehen? Unschwer? Ich habe noch gerade irgendeinen Knopf zu finden für Lande. Äh, wähl mich mal aus, Wolfi. Wähl mich mal aus. Hast du mich angewählt? Du, zwei Komma. Wolfi? Ja, ich habe die ausgewählt. Okay, drück mal N. Wie Nordpol. Ah, jetzt kommt nämlich ein Request bei mir. Und jetzt sage ich mal... Ah, okay. Und jetzt hast du Landeerlaubnis gekriegt, also Andockerlaubnis. Ich habe nicht ein komischen Ding für... Ja. Jetzt kannst du, glaube ich, auch irgendwie manuell andocken. Ich weiß all Quatsch, äh, automatisch andocken. Ich weiß aber nicht, wie. Ich kann nochmal länger eindrücken. Ich glaube, ja. Und, ob ich so mache? Das ist grün. Ne, ich weiß nicht, wie das zweite grün wird. Also ich... Versuch mal. Automatisch. Ah, okay, da kommt... Ich fahre in dich rein. Und? So, bist du jetzt... Rein mit dem Schnorchel. Rein mit dem Schnorchel? So, bist du andockt? Ja. So, pass auf. Jetzt geht folgendes. Ich bewege das Schiff mal nicht, keine Sorge. Jetzt gehe ich an das Refueling-Ding. Und jetzt musst du irgendwie... Müsstest du jetzt mit deinem Mobi-Glas das... Das... An... Das Refuelen... Äh, äh, also an... Ich sag mal Autopreis hier. Ins Management da. Ja. Und jetzt musst du, glaube ich, eine Anfrage stellen. Irgendwie. Was wollte ich denn zuerst? Hydrogen. Ja. Wie viel kaufst du denn? Einfach mal voll machen. Ich weiß nicht, was das dann ist. Ja. Ich habe jetzt mal einen Autopreis gesetzt. Keine Ahnung. Ja. 35 Alpha USC scheinbar. Ja. Dann confirme ich. Ja. Ach so, jetzt ist bei mir was passiert. Genau. Boom Docked Payment. Okay. Äh, äh... Ich sag jetzt mal... Ich sag mal, ich setz mal die Fuel Rate ein bisschen nach oben. Und... Passiert da irgendwas? Äh, momentan sehe ich nicht viel. Okay, warte mal. Moment, Moment, finished. Ich glaube, da muss man noch den Stutzen öffnen. Das ist rechts irgendwo. Rechts. Nozzle closed. Ah, okay. So, ich habe jetzt die Flow Rate ein bisschen rauf ersetzt. Ich drücke jetzt mal auf Nozzle open. Und? Passiert irgendwas? Nö, noch immer nicht. Ich gehe mal... Muss man noch irgendeine Pumpe einschalten oder irgend sowas. Ey, ich mache mal hier weiter. Ich mache mal die Nozzle auf hier. Warning, Fuel Pots are closed. Ach, ich muss die Fuel Pots noch open. Moment. Was willst du haben? Hydrogen, ja? Ja. Da hast du. Ach, ich habe zwei Tanks von denen. Completed. Oh, jawoll. Completed. Wir haben aufgetankt. So, was ist jetzt? Yay. Jetzt mache ich die... Willst du auch noch... Jetzt kaufen wir noch Quantum Fuel. Ja, das kostet... Drei Alpha UEC, so weit ich sehe. Ja, das ist... Dann mache ich auch. Also, du musst das zumachen. Ist wohl alles wieder zu. Ach, stimmt. Ich glaube, ich habe alles wieder zu. Warte mal. Okay, das passt. Nozzle ist closed. So. Jetzt müsstest du eigentlich... Hast du Quantum schon bestellt? Ja, habe ich jetzt gerade. So. Äh, Refueling. Äh, Quantum. Äh, äh, äh. So, hast du, ja? Ähm. Bestellt hast du? Ja, bestellt habe ich. Wo sehe ich denn, ob du bestellt hast? Ich habe keine Ahnung. Refueling in Progress steht bei mir. Aber ich mache jetzt mal... Ich öffne jetzt mal das Quantum Fuel. Also das... Ja. Zack. So, und jetzt... Jetzt öffne ich den Nozzle. Zip. Oh, ja. Da ist, glaube ich, was passiert. Integrity. Ja. Was heißt denn diese Integrity da? Hast du was gekriegt? Glaube ja, ne? Ich glaube schon, ja. Das Sektor noch Refueling in Progress, aber wird schon passen. Aber warte mal, er tankt noch. Moment, er tankt noch. Wo tankt denn der das hin? Ist... Ne, ich glaube, der... Dankt das noch... Nirgendwo. Kann das sein, dass ich das gerade raushaue? Bist du noch angedockt? Mal nachschauen. Na, eigentlich schaut es gar nicht so aus, so schlimm. Warte mal, ich gucke mal kurz nach. Ist ja doll. Ist ja... Hey, was macht er denn jetzt hier? Der Nozzle. Warte, gucke. Du bist noch angedockt, ne? Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt... Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt losfliege, Wolfi? Weiß ich nicht. Ich gebe mal ein bisschen Schub nach oben. Warte mal. Oh, dann bin ich abgemeldet. Und mein Arm, mein Arm ist weg. Okay. Der Tank ist vielleicht dann auch gleich leer. Also, Merke, während man... Wolfi, ich komme mal wieder zurück, ja? Ja, also Explosionen sind immer dabei. Ich bin eigentlich nur nach oben geflogen. Ich habe gar nichts Schlimmes gemacht. Also nur ein Stück. Also, offenbar ist das nicht gut. Nein. Also, Merke, während man hinten dranhängt, sollte man... Ich nehme mal an, das kleinere Schiff gibt dann... Brauchen wir es mal andersrum probieren? Willst du mal den... Willst du mal auch einen Starfarer holen und dann tanken wir mal mich auf? Würde mich mal interessieren. Ähm... Ach so, kommst du einfach her? Das wäre vielleicht einfacher. Ja, ja, werde ich so machen. Okay. Ich laufe gerade mit... Mit der Unterwäsche da rum. Ist ja in die Luft geflogen, einfach. Warte mal, kann ich den jetzt trotzdem noch... Ne, der Arm... Error. Nozzle destroyed and refueling process halted. Aha. Okay. Sein Nozzle ist... Sein Nozzle ist kaputt. Okay. Ich geh mal hinten gucken. Während du ankommst. Ist aber ein bisschen empfindlich, nur weil da hoch explosiver Treibstoff durchfließt. Ja, das ist wirklich lächerlich. So, mal gucken hier. Ja, aber wie gesagt, schade, dass eigentlich... Im Moment ist es ja nicht notwendig, ne? Im Moment braucht man die Starfarer ja in Stanton eigentlich nicht. Ja. Ja, hier ist nichts. Das ist schon eine gute Entwicklung, dass es das gibt. Ja, ja, also für Pyro. Und es gibt ja gute Nachrichten. Nach eigenen Angaben machen sie ja super Fortschritte mit Pyro. Und sie rechnen, ehrlich gesagt... Also im Moment kam, glaube ich, die Meldung, sie rechnen mit Pyro für dieses Jahr. Ich bin echt gespannt. Also mit Pyro machen sie keine Fortschritte. Ich nehme mal an, sie meinen da mit, wie heißt das hier, Server-Mashing und so, ne? Ja. Das sind ja irgendwie zusammenhängende Systeme. Empty. Ich glaube, ich habe den Treibstoff kaputt gemacht. Ist alles kaputt. Ist alles empty. Ich habe alles kaputt gemacht, Volvi. Ist alles rausgelassen. Alle Tanks sind kaputt. Naja, wobei, hier ist noch was drin. Hier ist noch Quantum Fuel drin. Achso, ne, hier ist das drin. Und was sind die hinteren Tanks? Äh? Achso, das ist vorne. Ach, und das ist, glaube ich... So, also für die Leute... Wir haben ja eigentlich... Wir haben ja sechs Tanks gehabt. Aber hier sind acht zu sehen, ne? Eins, zwei, drei, vier. Und auf der anderen Seite auch vier. Das ganz hinten sind, glaube ich, die Raffinerien. Also das hier. Deswegen haben die auch keine Anschlüsse. Also keine Bedienanleitungen. Und für die Leute, die Angst haben, dass der Starfarer nicht mehr so funktioniert, wie er funktionieren soll, also im Moment wird er ja wohl kein Quantenium abbauen können. Das sind eher die Miner. Er wird wohl aber sehr wohl in diesen Raffinerien das Quantenium verarbeiten können. Zumindest ist das der derzeitige Stand des Wissens in diesen Raffinerien hier. Das heißt... Ja, was heißt das? Das heißt, man kann einen Starfarer... Ich frage mich allerdings, wie man das Quantenium von dem Mining-Schiff auf den Starfarer bekommt. Hast du da eine Ahnung? Ja, wahrscheinlich irgendwie die Pakete muss man da... Du meinst, man fliegt mit dem unstabilen Quantenium durch die Gegend und schmeißt das... Ja, irgendwie muss man das ja ablegen. Halte ich für eine sehr gute Idee. Bist du eigentlich schon wieder da? Ich bin gerade beim Einsteigen. Ah, okay. Also hinter Pilot zieht und dann Energie. Ah, Hilfe, bloß nicht auf die Nase packen. Die PTUs sind derzeit noch etwas murkselig. Deswegen müssen wir da ein bisschen aufpassen. Nee, aber alles in allem eigentlich ein super Fortschritt. Also mir gefällt besonders, dass man das alles manuell machen muss. Dass man hier die Tanks hin und her tanken kann. Also, dass man die Nossel, also die Nase öffnen muss, damit der Treibstoff rausgeht. Dass man dabei Schaden nehmen kann, wenn man in der Gegend rumfliegt. Ich finde das alles... Ah, dann wollte ich ja noch was. Was wolltest du? Bisschen was rein. Richtig, ein bisschen was tanken solltest. Ich bin kaputt. So, also während der Wolfi hier noch... Hier kann man, glaube ich, dann auch manuell eingeben. Soweit ich das gehört habe, wenn man auf Auto-Price drückt, setzt er automatisch einen bestimmten Prozentsatz Gewinn an. Ich weiß nicht, wie viel. Keine Ahnung. Müsste mal mal gucken. Hier steht ja, was er braucht, 1337. 1337 Lead Alpha UEC pro SCU. Und ich glaube, er hat dann 10% oder 20% draufgeschlagen. Aber im Moment kann man damit natürlich keinen Gewinn machen, weil wer ist so bekloppt und kauft einen Stand von einem Starfahrer, wenn er es direkt an der Station kaufen kann. Kann ich das hier manuell eingeben? Ich probiere das mal. Halt, ich will da was eingeben. Wie mache ich das? Ah, jetzt kann ich. Okay, ich kann horrende Summen reingeben. Kauf für eine Million Alpha UEC. Oder man kann natürlich auch sagen, okay, für meine Kumpels gebe ich 0 an. Das geht natürlich auch. Aber da weiß man ja wirklich nicht, wann fertig ist mit dem Tank. Nee, du musst, wohl oder übel, musst du hinter dem Pilotensitz, da ist so ein Panel, da kannst du drauf gucken. Hinter dem, du musst da aufstehen, gehst an das Panel hinter dem Pilotensitz. An der linken Seite und da kannst du dann den Refining Process, äh, Quatsch, den, den... Ich bin gerade jetzt aus dem Schiff rausgeworfen dabei. Was, bist du jetzt tot? Äh... Ich komme mal wieder in deine Richtung, wa? Ist, glaube ich, einfacher. Ja, ich weiß nicht, was da los ist. Ich hätte nicht aufstehen sollen. Ich komme, Wolfi. Wieso ist denn jetzt das Quantum System jammed? Warum ist mein Quantum System jammed? Ich weiß nicht. Dann machen wir das anders. Ich weiß nicht. Ich bin absolut unschuldig. Wolfi war's. Lebst du jetzt noch, Wolfi, oder nicht? Ja, aber ich bin irgendwo in der Zwischenwand. Ich glaube, ich komme da gar nicht raus. Da musst du dich wohl oder übel umbringen. Ja. Wolfi, mein Quantum System ist aus irgendeinem Grund jammed. Oje. Pew, pew, pew. Dass das am Danken liegt. Kann natürlich sein, dass ich jetzt, dass ich irgendwas kaputt gemacht habe. Quantum System jammed. Quantum System jammed. Aber warum? Ah, jetzt geht's. Okay. Keine Ahnung, was das war. Ich bin wieder auf dem Weg zurück. Also krank im Bett. Ich kann ja mal versuchen, äh, ich mein, äh, ich fliege ein bisschen hin und her. Dabei verbrauche ich ja schön, äh, Fuel. Ne? Das ist ja okay. Ja. Und du, deinen Starfahrer, den musst du ja nicht rufen. Der ist ja noch da. Den müsstest du im Prinzip wieder nehmen können. Ich repariere trotzdem mal, damit ich den, damit ich die Nozzle wieder habe. Also damit ich meinen, meinen Tankbaum wieder dran habe. Die Nozzle ist ein schöner Name. Ah, schau, ob das Schiff noch da ist. Oh, ich muss hier noch einmal rufen. Musst du, musst du neu rufen? Ja. Ja, es war schon mal nicht mehr da. Wolfi hat's kaputt gemacht. Ja, alles hinüber. Da sind die dreckigen Wolken über Hörsten. Furchtbar. Ach so schlimm fliegt er sich gar nicht, muss ich sagen. Der Olle Starfahrer. So, was ich jetzt mal mache, ich will mal was ausprobieren, während Wolfi da sein Schiff hinterher, äh, wiederholt. Und probiere ich mal folgendes aus, ich will mal gucken, ob man die Nozzle, ob man die aufmachen kann und dann den Treibstoff quasi ins All ballern kann. Das klang nämlich eben so. Ja, das geht, glaube ich. Das geht? Okay. Ich weiß nur nicht, ob es jetzt mit den kaputten Dingen... Nee, nee, darum fliege ich jetzt gerade zurück und repariere. Ach so, okay. Dann bin ich auch gleich in deiner Nähe, das heißt, du brauchst da nicht abhauen, wenn du wieder da bist. Wow, seit wann springt man denn so dichter in die Station rein? Ich bin clear to launch, das ist nett, obwohl ich gar nicht gestartet bin. Ich habe auch gar nicht gesagt, dass ich Landing Assist, keine Ahnung, was der von mir will. So, jetzt wird erstmal repariiert hier. Ich fliege übrigens mit Maus und Tastatur, weil ich zu faul war, das Profil von den Virpels auf dem PTU zu aktivieren. Faul, laut. So, wo ist denn das Signed Landing Bay? Wie lange musst du jetzt warten, bis die Starfarer wieder da ist? Ist ja da, ich muss mal nachschauen, was da los ist. Also irgendwie zeigt das schon an, Quantenium? Hast du ein bisschen was in den Tanks? Ja. Okay, also wie gesagt, ich bin vor der Station, du kannst gerne starten. Haben sie den wendiger gemacht? Autopreis, Autopreis, Autopreis. Aber Wolfi, sei doch nicht so viel, Wolfi, ich habe doch kein Geld. Ich sehe da eh nichts am Display, weil es so klein ist. Achso, Türe auf, ich will raus, ich will raus. Ich lagere die Dicke erstmal ein kurz. Ja. So, Schott, ja, da ist was drin. Hat geklappt? Ja, es ist zumindest minimal was drin, weil ich will ja nicht zu lange herumfahren. Ja, das reicht ja, ist okay. Heben probieren. Oh. Kollisionsalarm. Nein, nein, alles gut. Komm, fliech Dicke. Du dickes Monster. Kannst vergessen, dass das so träge ist. oh Gott 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 runter 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 bin ich schon drin? äh keine Ahnung ich glaube ja und runter 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 danke sind aber viele Schrammen so ich sitze ich tanke mal kurz auf ne ich tanke nicht auf du willst mich ja auftanken sondern ich repariere nur Processing so ich werde jetzt angeblich repariert ich weiß nicht ob ich dann meinen Boom noch habe no service required angeblich bin ich repariert okay dann können wir wieder starten du bist schon draußen? ja okay ach so fliege ich zu dir so ein bisschen muss jetzt erstmal gucken ob überhaupt die Tür offen ist ja die Tür geht auf ich starte nein nicht 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 was fliegt denn hier zusammen so jetzt er will nicht abheben ich fliege jetzt einfach rückwärts so hat geklappt so Wolvi bist du da irgendwo? ja ich seh dich sehr gut so dann fliege ich dann fliege mal ein Stück von der Station weg und da versuche ich mich dann mal bei dir aufzutanken fliege ich einfach so äh vielleicht nicht ganz so Richtung Sonne aber ich muss erst mal gucken wo du überhaupt bist ich seh dich nämlich ehrlich gesagt im Moment gar nicht bist du bald so in Richtung äh zwischen Sonne und Planet Zoo ah da bist du ne bist du das? ne bist du nicht Wolvi wo bist du denn? warum kriege ich denn keine Anzeige? warte mal da ist doch was auf meinem Schiff auf meinem Hadarschirm warum guck ich da nicht hin? so ich seh dich Wolvi ich komm zu dir Wolvi ok? ok so so mit dem wendigsten Schiff aller Zeiten tanke ich jetzt bei dir auf wow kann ich mich auch umdrehen mal ja musst du noch die Nozzle ausfahren ach so das auch noch ja ich steh auf und hoffentlich bin ich noch im Schiff ah ja die Nozzle musst du ausfahren schau wie das funktioniert fueling ah Nozzle oder nee ja Nozzle und da muss irgendwo äh expand ganz unten glaub ich müsste expand oder oder boom nicht boom irgendwas musst du mit dem boom machen deploy boom ja genau das ist es deploy deploy mal de boomchen wow ich weiß nicht so richtig in der Industrie schon huch wie ist das bewegte sich denn der hast du ihn deployed ja warte mal ich gucke kurz ich muss ja ganz kurz ganz waiting for docking ok warte mal achso zum docking musst du jetzt äh auf den Piloten sitzt damit du mir die Erlaubnis geben darfst sonst geht das nicht so du musst dich auf den Pilotensitz setzen und da warten ok ich äh sag überall ok jetzt bin ich wieder am Pilotensitz sag mal sitzt du ja ok dann mach ich mal dann drück ich mal n so jetzt hab ich ich drück einfach find ü ok approved to dock und wie hast du auto dock gemacht sag mal einfach äh länger n gedrückt soll ich mal soll ich mal versuchen manuell zu docken ja ok es klappt etwas besser glaube ich ich weiß nicht ob das klappt äh so so theoretisch bin ich jetzt ausgerichtet keine ahnung ob das funktioniert ach ich drück ich dock erstmal manuell äh länger in drücken erstmal auto docking so dock ich jetzt oder nicht fliege ich da gerade ran naja es passiert irgendwas ich nähre mich dir hm es geht ziemlich langsam hier Inception Starfarer betankt Starfarer yes und und krieg ich ne Meldung wann ja ach ja da ist docking docking completed so ich häng jetzt dran ich guck mal nach sieht das auch so aus naja nicht ganz ich bin ein bisschen davon entfernt aber sagen wir mal ok ich hänge dran so wie hast du das jetzt gemacht jetzt hast du mobiglas aufgemacht dann hast du das gemacht ah und jetzt kann ich sagen Hydrogen oh ich kann ich kann sogar sagen bitte tank meine externen Tanks voll das heißt von deinen externen Tanks in meine das geht sogar auch was relativ cool ist ach Bot Management muss man reingehen ah ok ich überlege nur gerade wo ich hier auftanken muss wo muss ich denn hier auftanken so ich kann also ich hätte gerne ein bisschen Quantum ne warte mal vergiss es wo sind meine internen Tanks wo ist denn meine das sind ja meine das geht gar nicht bitte vielleicht geht es so gar nicht mit den internen oder geht es doch also eigentlich müsste ich ja meine internen Tanks weil das hier sind alles meine das hier sind glaube ich alles meine anderen Tanks hast du hast du Quantum Fuel oder hast du Hydrogen Fuel dabei ja beides noch halt nicht viel beides ok dann sage ich mal ich möchte Hydrogen tanken ja und ich möchte den möchte ich Quantum tanken ja was habe ich denn jetzt gemacht ne warte mal Moment hab's gleich so so möchte ich mal tanken so jetzt ist die Frage confirm achso jetzt das kostet mich jetzt im Moment alles zusammen 12.602 ich hau jetzt ich saug dir jetzt quasi alles ab was du hast und sage jetzt mal confirm und jetzt sagt er bitte warten sie jetzt musst du irgendwas das Ganze aber ich werde zu viel rein ne ne zu viel hast du nicht also ich habe jetzt alles abgesaugt was du hast also alles alles wollte ich kaufen du musst jetzt die Nozzle öffnen und den Flow also die Flow Rate erhöhen ok boah so passiert irgendwas ich bin mir nicht sicher müsste das irgendwo angezeigt werden links rechts um unten passiert bei dir was ne dabei nicht Nozzle ist oben und du hast auch die Flow Rate nach oben gesetzt ja die ist jetzt so mittig so ungefähr achso und du musst den Tank noch öffnen du musst die Tanks öffnen in der Tankübersicht bitte die Tanks musst du öffnen ach nach unten muss ich klicken ja ist jetzt was passiert jetzt was bin mir nicht sicher wird vielleicht komplett alles draußen sein so mehr kann ich dir nicht anbieten bei mir steht bei mir steht hier allerdings nicht dass ich was gekauft hätte hier steht noch in progress habe ich jetzt was sie kriegt oder nicht bin mir nicht sicher wahrscheinlich ist noch ein Problem wenn man nicht alles liefern kann bist du bist du hast du fertig gepumpt ist er angeblich fertig ich kann gar nicht mehr kannst du ja mal vorsichtshalber die Nozzle mal zumachen ja hab ich auch kann wie docke ich denn jetzt ab ich fliege einfach mal rückwärts ja ab Bord noch klicken was da passiert weiß ich nicht abworte mal ja Wolfi wo bist du was passiert ist okay du bist noch da aber irgendwie bist du doch nicht wieder da warum bin ich jetzt warum hänge ich jetzt mit dem Arsch zu dir Wolfi irgendwas stimmt dir nicht egal ich guck mal nach ob was in den Tanks gelandet ist refueling hab ich einfach zu wenig fuel gehabt also ich behaupte da ist nix angekommen aber weißt du was ich jetzt mal mache zuletzt ich deploye mal den boom waiting for boom deployment und dann haue ich mal den Treibstoff raus ich möchte mal sehen wie das aussieht volle pumprate Treibstoff öffnen so ach man kann immer nur eins okay dann haue ich mal den Wasserstoff Treibstoff raus naja nicht mehr so ganz wenig und dann lasse ich dann das Quantenium raus ja und dann schießen wir drauf ich guck mal nach ob man das sieht dass ich das da rauslasse und sieht man da was ich da was rauslasse oh jetzt wollte ich gar nicht naja ich gase ein bisschen aus wie man hier vielleicht was da ich gase ein bisschen aus aber warum qualmt das hier gerade so also ich gase aus aber irgendwie qualmt auch mein boom irgendwas ich glaube ich überlaste meinen boom gerade so warum drehe ich mich weil ich die maus bewegt habe so warte mal jetzt lassen wir mal die andere anderen Treibstoff ab und gucken mal ob man eine andere Farbe hat äh will da rein los bei mir sieht man auch ganz minimal nur Podmanage so jetzt sag ich mal hier stopp jetzt sag ich mal hier das raus bitte so jetzt andere andere Sorte gucken wir mal ob die Farbe ob das eine andere Farbe hat aha vielleicht mal wieder da ist okay ähm sagt was ne 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 hier knallt nix mein mein boom mein boom mein boom macht komische Dinge ich glaube er ist noch nicht so ganz in Ordnung boom macht boom ja das ist ich keine Ahnung was er da treibt ich kann auch sein dass ich die Flowrate zu hoch genommen habe keine Ahnung mein boom ist kaputt Moment mein armer boom Wolf ich gehe jetzt meinen boom manuell reparieren das mache ich indem ich da rausgehe und ihn repariere jetzt weiß ich auch warum der boom boom heißt weil der boom macht bist du noch bist du noch hinter äh da vor Ort ja ne ja ja ich bin da daneben ich habe gleich oh man da sitzt ja irgendwie ein bisschen siehst du das bei mir du siehst das bei mir ne ist der Mann ist da ein knacks an der Seite war es bei mir ja oh Gott das sieht ja nicht gut aus oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott die Seite wo ich gerade bin da schaut so noch ein paar kleine Schrammen aus alles gut also meinem boom geht es auch nicht mehr so ganz gut wie man sieht da bewegt sich ganz ganz unregel ganz 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 bisschen oh da ist ja gar nicht mehr dran doch 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 Wolfi kannst du mal bitte kannst du mal bitte ein bisschen Treibstoff ablassen ja ich will mal ne Nase voll nehmen warte mal ich will mal ne Nase voll nehmen bitte mal schauen dass ich da reinkomme ach du bist schon wieder draußen da fliegst du rum ich hätte gerne ich hätte gerne eine Nase voll eine Nase kommt sofort ah mein boom hat sich wieder beruhigt interessant ne der hat sich nicht beruhigt ich glaube er ist mir jetzt komplett abgerissen sehr schön wunderbar los Wolfi gib mir die volle Dröhnung gleich drin nur noch zwei drei Türen und dann bin ich da gib mir die Dröhnung eine Tür aber nur den guten Stoff bitte Nase oben ganz ein bisschen lasse ich raus jetzt gehe ich ein bisschen stärker ah ja sehr gut sehr gut die Nase mehr ja ja komm gib mehr gib Stoff hier da ist auch schon rot puff puff die Nase kannst du auch backtämmen ah das war ja war ja zart ich dachte ein bisschen leer hat er den ganzen Treibstoff abgepumpt wunderbar ja das waren so die ersten Erfahrungen mit dem Refueling System ich würde sagen der ein oder andere Bug ist noch da unter anderem dass wir uns gerade umgedreht haben da schwebt mein Boom ist der eigentlich kann ich den anditschen warte mal Pong Tatsache ich kann meinen Boom in der Gegend herumkicken gleich wieder einladen und dann für die Reparatur ist das günstiger vielleicht der kann jetzt auch hier durchklippen sehr schön wunderbar ich habe ja eine Idee warte mal Wolfi bist du noch in deinem Schiff ich bin gerade wieder raus eine Idee hätte ich noch wo wird denn der kannst du den mal kannst du mal kannst du den mal einfahren den Boom ich möchte mal sehen wie das von außen aussieht ja wo wird denn der wo wird denn der reingezogen wird der hier rangezogen oder da rangezogen ich weiß es nicht ich tendiere dazu mich einfach mal da dran zu klemmen und mal zu gucken was passiert wenn er den Baum jetzt einzieht kann ich hier drauf laufen nee ich kann nur dagegen ditschen ich klemme mich mal hier hinter mal sehen ob ich dann vielleicht nee er schubst mich automatisch runter erlaubt nicht aber angucken können wir es uns zumindest ich wollte mich gerade mit dem Baum einklemmen lassen oh so gleich kann ich drücken äh so warte sag wann du drückst also jetzt drücke ich jetzt okay und jetzt müsst ihr könnt ich es wieder deployen äh bei mir passiert irgendwie ah jetzt fährt er ein warte mal jetzt fährt er ein okay es fährt nur das ah ok wuh ok kannst du nochmal ausfahren bitte also einfahren Entschuldigung nochmal einfahren ok wenn er eingefahren äh also jetzt so jetzt klappt er das ding hoch dann zieht er den rüssel rein slurp und jetzt schwingt das ding so so pass auf wolfie jetzt machen wir mal folgendes wolfie Achtung bitte mal jetzt ausfahren das wird jetzt schmerzhaft oh ich hab mir den nozzle vor die nozzle hauen lassen okay es gibt verschiedene dinge die man da ausprobieren muss ich würde sagen wir sehen uns wieder beim nächsten mal Wolfie ich danke dir fürs teilnehmen an diesem wunderschönen experiment ja danke gerne